Nickelodeon gibt dir die Sommerfeierei. Und das bedeutet, dass du täglich viele tolle Preise gewinnen kannst. Vielleicht ja sogar eine Sommerreise für deine ganze Familie. Schaue dazu täglich deine Lieblingsserien auf Nickelodeon und beantworte die Frage des Tages auf nick.de slash Sommer. Mit etwas Glück heißt es dann bald, wir haben gewonnen! Das ist deine Sommerfeierei. Täglich am 13.50 Uhr. Nur bei Nickelodeon. Das ist deine Sommerfeierei.